Ich bin so Brain-Afka, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Digga, ich fahr immer unter diesen Punkt durch, Silber! Ey, diese Map ist so kaputt, Bruder. Silber, fick dich, Mann! Die Map ist immer ganz einfacher als die Letzte. Ding-Dong! Geil, dass ihr wieder am Start seid. Heute, bestes Format auf YouTube, Hot oder Schrott. Digga, willst du noch mal in die Tasten hauen? Besser ist es. Eine Map von Silber, gebaut mit Mitya gemeinsam. Ja, Coop, hat geschrieben. Dieser Hot oder Schrott ist von der Schwierigkeit nicht so schwierig wie der Vorgänger. 4% übrigens, man kennt ihn. Hallo, Diko. Astala Bon Reis-Muchachos. Gestreichelt seien eure Einleiter. Bon, hallo, auf geht's. Wir zocken mit dem Schiburek. Ich hab seit gute Laune. Bestes Format auf YouTube. Bei den besten YouTubern auf YouTube. Ich sag nur... Okay, auf geht's. Ist das jetzt schon ein Verwandlungspunkt, meinst du? Das ist erstmal nur gleicher Teleporter. Ich nehm einfach mal links, ja? Wobei, willst du links nehmen? Ne. Ah, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon so umgekehrte Psychologie machen. Oh! Okay, was hast du? Wie gesagt, 4 pro... Nein, nein. Was hast du? Was hast du? Nein. 4% hat die nur? Ich hab BMX. Ehrlich? Ja, was hast du? Alter, zum Glück hab ich nicht. Ich hab X21. Digga, nein. Zum Glück hab ich nicht links genommen, ey. Digga, das ist aber geil. Two Ways, weißt du? Two Ways, one way. Two Boys, two ways, ja. Ja, two boys, two ways. Ich glaube, das ist ganz gut. Oh mein Gott, wie ich das jetzt schon hasse, ey. Two Ways. Nein, 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 nein. Äh, hoch? Wie soll ich da hochkommen? Jetzt mal for real. Bin ich jetzt richtig gefahren, oder? Ey, ja! Ey, Silber! Hauptsache es einfach Spiralen bei den 12 Quazillionen Punkte abgehen. Ja, da hätte ich jetzt ne Koralle machen. War das dann richtig oder war das falsch? Ey, hier brauchen wir irgendwelche Techniken. Hä? Digga, ich muss ne Wand hochspringen. Wie soll das gehen? Aber da hat, glaube ich, Silber heute noch übergerät, dass er um morgen... Ich kann irgendwelche Building Jumps. Aber ich baue jetzt einfach ne Map und ich gehe davon aus, dass ihr auch wisst, wie das geht. Ciao! Ja, mal, ist ganz einfach. Nicht vergessen. Also, einfacher als die zuvor. Wisst ihr nicht, wie die Technik geht? Ach, keine Ahnung. Ja, dann müsst ihr das wohl nochmal lehren. Digga! Ja? Hä, wie soll ich denn da hinkommen, Alter? Digga, du hast den X21, glaube ich, bin ich voll, äh... Ja, aber es gibt halt zwölf Wege, die... Ey, der Weg führt einfach in einen Hochhaus, Regen, in einen Hochhaus, Regen. Es gibt zwölf Wege. Es gibt die Spirale hoch und die Spirale runter. Und von beiden Dingern gehen nochmal drei Spiralen ab oder sowas. Und der Punkt ist irgendwo mitten in der Luft an einem War Ride, wo ich... Kein Planer, ob ich da hinkommen soll. Mhm. Und ich muss hier noch irgendwelche Korallen machen. Okay. Also, es ist... Ja. Also, wir können gerne tauschen, wenn du willst. Das ist der erste Punkt. Nee. Äh, nein. Aber, also, wie gesagt, ich hab jetzt noch keinen blassen Schimmer, wie ich das hier machen soll. Also, ich weiß schon, wie es geht. Ich weiß nur nicht, wo es geht. Kein blassen Schimmer. So. Zack. Wie? Zack. Hier abfahren schon mal nicht. Jetzt fahre ich hier lang. Ey. Jetzt fahre ich direkt mal... Ich fahre weit nach oben. Ah. Hier hätte man schon eine Koralle machen können. Aber wenn ich dann rückwärts fahre, wo soll ich denn hin, Alter? Kannst du mir mal sagen, wie man... Wie man Gebäudesprünge macht? Dass man irgendwie 20 Meter hoch kommt? Wie? Wie? Mixe. Mixe. Keine Ahnung. Oh, Einblendung Silbers offline. Habe ich auch gerade gesehen. Passt. Mein Gehirn gleich auch, wenn ich das weiterfahren muss. Oh. Okay, ich mache jetzt einfach mal, glaube ich, eine Koralle. Und fahre wieder zurück. Und guck mal... Ja, teste doch einfach mal. Teste doch einfach mal. Also, das Ding ist halt, ich sehe ja, wo der Punkt ist. Hey. Und nein. Einfach nein. Kein Plan, wo den kommen soll. Okay, warte. Wir fahren jetzt hier hoch. Digga, ich bereue es so, dass ich links gefahren bin. Und ich finde ja BMX nicht mehr so scheiße wie die Eco. Hey. Ey, ich habe die Koralle geschafft. Einfach den Speed nicht bekommen. Oh. Okay, das geht ja schon mal gut los. Nicht den Bouncer, da muss ich doch mal ganz oben fahren. Die Map ist übrigens einfacher als die letzte. Aber wie man überhaupt zum Punkt kommt, das weiß ich auch nicht. Man darf einfach nicht auf Silber reinfallen, Alter. Ich weiß doch ehrlich nicht, warum du die angemacht hast. Ich verstehe es nicht. Ich habe ihn auch noch gefragt. Silber, dein Hot oder Schrott so? Was denkst du, wie lange? Ja, 15 Minuten oder so. 10 Minuten vorbei, kein Plan, wo der Weg ist. Digga, nicht mal weiß, wie die Technik geht? 15 Minuten. Können wir alles, ja. Alles selbst erklären. Alles selbst erklären. Ich muss den anderen Bumper finden, wo ich zuerst war. Ich muss da eine Koralle machen, da gegenfahren und hoffen, dass ich dann irgendwann weiterfahren kann. Ansonsten muss ich vielleicht einfach an dem Bumper vorbeispringen, oder? Einfach dann vorbeihieben. Kommt hier jetzt nochmal eine Abzweigung? Oh, hier kommt direkt. Oh, lol. Ich habe es irgendwie geschafft. Warte mal, bitte. Was kommt hier? Was kommt hier? Warte. Kann ich? Ah, ich kann. Ah. Okay, vielleicht habe ich den Weg gefunden. Ich auch, glaube ich. Oh. 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 Ja. Oh. Oh. Ja. Ja. Oh. Ja. Oh. Oh. Oh, ich habe es, Digga. Ich habe es. Nice. Alter. First try. Also, ich könnte. Oh. Könnte sein, dass ich jetzt auch den Weg kaputt habe, wenn ich fahren muss. Lol. Was? Ist das geil. Lol, was? Du kennst doch, du kennst doch die Stoppschilder. Ja. Ich kann die kaputt fahren. Die geht jetzt nicht mehr. Digga, was kann denn Silber alles? Baller da nochmal gegen. Ich mache alle kaputt hier. Also, nee. Ich weiß aber noch nicht, wo ich hier langfahren muss. Ich denke, ich mache sie alle kaputt, die ganze Scheiße. Von welchem Teil soll ich denn da hinkommen? Hallo, haben Sie langsam Hallo? Nee. Also nicht annähernd. Ich habe noch nicht mal eine Idee, wo ich langfahren muss. Ich bleibe übrigens bei rechts. Hatte ich gerade auch schon rechts? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich hatte rechts. Ich bin jetzt rechts gewesen. Ich schaue mal, ob ich irgendwie jetzt zu dir komme. Warte mal, du bist da hinten irgendwo. Okay. Also, ich sehe halt, wo der Punkt ist, aber es führt halt kein Wallride dahin. Also, manchmal kenne ich dich ja, da bist du ein bisschen blind. Ich auch, aber ich muss das jetzt auch mal überprüfen hier. Aber es führt keiner dahin. Kann ich da? Ah, warte mal. Vielleicht kann ich da in die Tube rein? Okay, hier kann ich nicht rückwärts fahren. Ich könnte vielleicht, aber wenn ich in die Tube reinkomme. Ja, das führt mich da auch wo ganz anders hin. Ey, also wirklich, I don't know. I don't know. Vielleicht kannst du von unten mehr sehen. Hey. Fast bei dir gewesen, bam. So, wir haben jetzt gerade mal kurz in das Video von Silber reingeschaut und gesehen, dass man hier einfach ranfahren kann und dann kann man hier einfach unten weiterfahren. Und, na toll, okay. GG. Bin erstaunt, was für einen hektigen Skate wir an den Tag legen. Aber krank, ey. So, warte, ich fahre jetzt hier lang. Ich bleibe unten. Dann kommt hier irgendwo der Wallride-Shit. Digga, er bleibt einfach wirklich komplett unsichtbar, aber ich hab's. Alter Schwede. So, du hast jetzt rechts gewesen, dann fahre ich erst nach links. Ja, ja, hallo. Der war auch mal ein Troll mit übrigen Stoppschildern. Ich bin... Und? Ich bin... Ich bin... Ähm... Ich bin ein Trefate. Ähm... Tre... Trexstar. Oh, wir sind aber beim selben Bums hier. Ich bin ein Rocket Voltic. Hallo. Oh nein. Ja, baby. Das heißt, wahrscheinlich muss man hier irgendwo drehen und du kannst dingsen und ich muss jetzt mal eine Koralle machen. Wo ist der nächste Punkt? Nein! Warte, wo... Hä? Der Punkt und hier rüberflicken vielleicht? Ah. Okay. Das ist kein Troll. Ich dachte, da wäre vielleicht auch nochmal ein Troll eingebaut, aber du musst den Lachs nur zurückfahren, ne? Das kriegen wir... Ne, hä? Ne. Hä? Doch. Ey, du musst rüberflippen. Ja, aber danach fährst du den Lachs zurück. Also, du kannst, glaube ich, zurückfahren, aber ich muss rüberflippen. Nein, auch. Ja, stimmt. Ich muss nur... Ja, ist das chill. Ich muss nur so, so und jetzt so, ne? Ja. Los! Okay, für mich ist das ja richtig chillo. Du musst da oben mehrmals rüber springen, ne? Ja. Geil. Aber welches Auto hast du? Ey. Lol. Ey, Silber. Du bist so ein... Ey, du bist so ein Bastard. Wieso? Das heißt, ich kann nicht mal bequem erst hier auf den weißen Auffahren darüber zum pinken, sondern ich muss direkt in den blauen flippen. Nehme ich jetzt mal an, dass ich deswegen gar nichts flippen bin. Du musst jetzt schnell hoch. Ja, nein. Du musst jetzt schon rüber flippen. Dann geht es mir gut, oder? Kann ich die Runde drehen? Explosiere ich wieder? Hallo, warum explodierst du nicht? Du meinst, dass du explodierst? Ja, wirklich, ja. Ey. Neu. Ich weiß nicht, ob ich explodiere, weil es die falsche Reihenfolge ist, oder weil ich zu weit nach unten rutsche. Ey. Ich kann es aber gerade auch nicht. Aber ja, Silber mal wieder, ne? Dankeschön, Silber. Eri geht raus. Ey. Geile Map. Übrigens auch Mitya, ne? Also wir dürfen jetzt nicht nur Silber machen, sondern Mitya hat seinen Teil da auch dazu beigesteuert. Keine Ahnung, welchen Teil. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass daran lag nicht so weit unten gerutscht bin und dem trotzdem wieder den pinken zuerst. Du musst einfach sauberer flippen. Ja, schön hoch. Okay, jetzt geht's. Let's go, let's go. Ich darf nicht in den unteren Teil kommen. Oh mein Gott. Jetzt muss ich wieder zurück auf weiß eigentlich, oder? Ey. Ey. Also ich glaube, ich würde tatsächlich versuchen, nicht in den Container zu fahren. Nein, nein, nein. Nach der Erfahrung heute gegen Silber. Nein, ey. Ich habe einfach diesen komischen Wortwechsel gerade nicht. Ja, ich auch nicht. Ich war zu schnell. Wie war es? Warst du auch zu schnell? Ja, ich grinde immer oben lang. Achso. Weil ich hier nicht den Absprung finde. Hallo. Nein, 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 nein. Oh. Flippt da unten, ne? Aber sieht ja bei dir jetzt schon schmup aus, wie ich immer sagen. Ich werde auf jeden Fall, muss ich bei dem Wortwechsel lieben, mies langsam fahren. Würde ich dir auch empfehlen. War schön langsam zu fahren. Okay, schön langsam. Keine Speed. Und jetzt drüber. Noch? Alter, schon wieder zu schnell? Ne, das war super. Okay, ich fahre unten lang, ja? Ja, würde ich machen, glaube ich. Oh, wieder drauf. Mhm, 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 und jetzt da durchkommen. Ja, äh. Ja, es hat funktioniert. Flipp, zipping. Oh, ja. Okay, kriegst du hin, Bruder, kriegst du hin. Du weißt, du weißt. Also, wenn, wenn Diko gerade am Start ist, können wir ein bisschen Werbung machen. Schaut auf jeden Fall bei Instinct Gaming vorbei. Geil, günstige Games. Schaut auch gerne bei Triebback vorbei, ja? Geiler Gaming Booster. Oh, yeah. Merchandise. Fickt meine Eier. Auch am Start. Dankeschön für euren Support. Weiter geht's. Wir haben übrigens bereits bei unserem Merchandise die Verifizierung, dass unser Noob-Filter funktioniert. Also, ihr müsst mit dem Merchandise, mit dem neuen Fickt meine Eier-Merchandise nicht mehr zum Schulleiter. Und eure Eltern werden auch nicht rumstressen. Wir haben da, äh, technikmäßig was ausgeklüngelt. Okay, jetzt wieder den Flip. Komm. Ich hupe sogar für dich. Oh, ich hab's. Jetzt bitte durch den Container. Container hab ich auch, endlich, Junge! Ich bleibe rechts, glaub ich. Ich bleib'n rechts. Ja, hallo. Äh, was? Okay, ich hab X-21. Ich hab auch. Und einen ganz cool aussehenden Ballride. Äh, den weiß ich noch nicht, ob der so cool ist, aber halten wir mal fest. Hallo? Okay, es war miese Edward-Action. Okay, kommen wir uns dann gleich entgegen? Oder wer den krasser denn, weißt du? Ja, schon wieder den Flip nach unten, Junge! Boah, ich hab's ja geschafft. Leute, da bist du. Ich muss das First-Try durchkommen, Alter. Bitte First-Try durchkommen. Hi, Nico! Leute! Ist hinter mir? Ja, du hast gerade die Mine nicht ausgelöst. Das finde ich schon mal super. Scheiße, ey! Was müssen wir hier machen? Was müssen wir hier machen? Du musst da unten. Du musst ganz da unten. Ey, Richtungswechsel und Laberkopf, ey! Hä, wie machst du denn den Richtungswechsel? Wie, glaube nicht. Ich bin doch gerade unten falsch gewesen, Laberkopf, ey! Ja? Ja, hö, hö, hö! Wie kriegst du einen Richtungswechsel dahin? Oh, ganz oben ist da noch ein Punkt. Wie? Kamer, ist da vielleicht eine Koralle? Oh, hier sind überall Minen. Ja, habe ich doch gerade gesagt! Digga, du hörst auch zu wie so ein Lightbrot, ey! Vielleicht können wir beim Reinfahren oben eine Koralle machen, weißt du? Oben gegen Bumpern und dann in die andere Richtung nach unten fahren. Ich glaube, da ist ein Bumper? Da könnte ein Bumper sein. Es ist ja eine Trollmap. Ich habe es nicht 100% gesehen, aber es sah so aus. Es ist ja immer noch eine Trollmap, hallo. Oder ist hier vielleicht die Minensache Troll? Nein, vielleicht müssen wir da gar nicht langfahren. Vielleicht müssen wir da gar nicht langfahren, ja. Stimmt, da oben müssen... Ich bret jetzt einfach mal geradeaus lang. Ja! Okay! Da ist eiskalt ein Flugzeugpunkt. Okay, also auf der Höhe bleiben, ja? Yes! Huah! Okay, du musst vorher, bevor du reinfährst, schon die Drehung machen. Ich habe gerade im Korallenversuch noch einen Speed bekommen. Das war alles schützt. Alter, schön, ein nicees Ding, Bruder! Alter, wird wieder knüppelhart! Check diese Map unbedingt ab! Ich weiß, nur 2% von euch zocken überhaupt selber GTA. Aber nice. Die Map ist nice. Er wird wieder knüppelhart. Aha, Marvin. Oh, da ist Deko wieder, hallo. Nein, Digga, ich überdrehe. Dieser Scheiß flippt nach unten, Alter. Silber fickt dich, Mann! Ey! Die Frage ist jetzt, wenn wir den Bumper getroffen haben, müssen wir zurückfahren? Oder müssen wir nach ganz unten fahren? Oh, der war so clean, Digga. Der war... Der war... Oh! Nein, der Speed hat mich eher weggeäumelt. Bruder! Okay! Es ist aber eigentlich relativ wheezy. 100 Jahre später. Oh! Ich hab Koralle gemacht und dann einfach straight nach unten rückwärts in den Tube reingefahren. Ne, ich hab bisher nicht einmal verkackt dabei sogar, Bruder. Und jetzt wieder. Unten, unten, jetzt Fullspeed. Fullspeed! Und wo verkackst du? Ich hab's. Aber wo hast du verkackt bisher? Ich muss beim Spawn immer nur ein bisschen zurückfahren. Lol, hier ist nicht mein Punkt. Digga, hier ist nicht mein Punkt! Nice. Oh! Marvin! In der Tube, wo der Bumper ist, ist oben ein Punkt. Ja, weiß ich. Habe ich doch schon gesagt. Ist der, ist die, ist der Flugzeugpunkt. Ich hab's zum allerersten Mal geschafft. Ne, oben in der Tube ist noch ein normaler Punkt. Und wahrscheinlich die erste, wenn du den einsammelst, kriegst du den Flugzeugpunkt. Ich hab's geschafft, hab die Koralle hinbekommen, rückwärts gefahren und genau unterm Punkt durch. Und den Punkt nicht bekommen, da war kein Flugzeug dran. Warte mal. Warte, ich muss jetzt hier fahren, so. Warte, ich muss jetzt, warte, warte, beruhig dich. Hier lang? Digga, verarsch mich nicht jetzt. Ey. Hier lang? Wohin jetzt? Wohin muss nicht? Nach unten oder nach oben? Ich fahr unten lang. Digga, ich fahr immer unter diesen Punkt durch Silber! Ich glaube, ich hab's. Alter. Ja, komm bitte. Hä, wie? Nein. 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 Nein, nein, nein. Hättest du nicht nur zu mir, zu meinem Sport zu kommen? Nein, 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 nein. Warum? Hast du den Wallwechsel vergessen? Ey, man hätte wirklich einfach rausspringen müssen. Ey, Silber! Ich hab verkannt! Also, ich... Ich fahr die ganze Zeit geradeaus. Sobald ich sehe, das Weiße beginnt, fahr ich dann nach oben. Gleich von unten nach oben. Leicht sogar nur. Ja, aber da ist ja... Ja, aber da ist ja... Da ist ja ne Krippung drin in den Teilen. Das ist halt ne Biegung. Und die Biegung ist halt nicht wie am Warride, dass du halt Grip bekommst, sondern entgegen davon. Als würdest du auf der Rückseite vom Warride fahren. Und da verliere ich immer den Grip. Ja... 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 Okay, den hab ich. Rüber, Warride wechsel, check. Jetzt hier. Ja, auch durch. Und jetzt hier gleich irgendwo rausfahren, ne? Warte mal. Warride wechsel, hier und jetzt. Ja! Alter Schwede, wie random ist das bitte, ey? Okay, aber ich hab's. Deal, ey. Oh. 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 Ich weiß nicht, ob das überhaupt der richtige Way to go war, Digga. Keine Ahnung. Aber, es ist mir vollkommen Lachs egal. Ja, ich würd sagen, dann gib ihm. Fahr weiter. Ja, ich bin rechts danach gefahren. PR4 rechts. PR4. Oh. Oh. Alter. Du musst übrigens, also du kommst ja sozusagen da rein mit dem Flugzeug und du kommst da wieder raus, indem du von unten nach oben einen Richtungswechsel machst in den Speed. Da musst du aber auch echt aufpassen, dass du da nicht weggeheatet wirst, ey. Alter. Ja. Ein Obstacle-Wallride jetzt oder was? Ein unsichtbarer. Okay, der geht aber klar. Okay, hallo. Wow. Ey. Wie schnell soll man da reagieren? Aber das ist nice, hätte mir gefallen. Dann sollst du es auswärtig lernen. Aber der war, ey. Der, also der geht nicht mal so, glaube ich. Wenn, wenn du es, ey. Wenn du es geschafft hast, bis dahin, gib mir mal Bescheid. Wird er wahrscheinlich noch, selbst wenn ich das, den Part hier irgendwann schaffen werde, wahrscheinlich noch drei Trilliarden Mal auf dem Weg verkacken. Vor allem, weil ich nicht mal weiß, wo ich langfahren muss. Ja, ich auch nicht. Naja. Digga, ich fall einfach ab. Ich verstehe es nicht, ey. Also, ich habe gerade mal bei denen in den Videos geschaut. Da war der Transformationspunkt von mir ganz woanders. Keine Ahnung. Und die haben auch statt dem PR4 auch ein komplett anderes Auto. Digga, was? Ja, habe ich ja gesagt. Warum? Ich muss zum PR4 fahren. Du hättest nicht in den Container reinfahren sollen, sondern flippt nach oben. Auf jeden Fall, hallo. Ich weiß jetzt nicht, wie er geht hier. Wenn überhaupt noch geht. Ja, sie haben es da gebaut. Ne, diese Strecke ist er mit einem anderen Auto gefahren, die ich gerade hier fahre. Der andere muss jetzt eine Party-Konzentrationssache machen. Die hätte ich Liegen gerne gemacht. Und die Strecke, die ich jetzt hier mit dem PR4 mache, ist bei dem mit einem anderen Auto gemacht worden. Hallo. Okay. Ich nix Ahnung. Hallo. Die Frage ist dann, soll ich dann zum anderen Punkt fahren? Oder soll ich zum gleichen Fahren wie du? Also, wenn du Bart die Konzentrations-Shit hast, das ist so viel geiler als diesen Mist, den ich hier gerade mache. Ey, ich überdrehe mich immer mal im unten rausfahren gerade. Digga, ich hasse PR4-Koralle. Ich kann den Lachs einfach nicht. Hast du denn da irgendwo eine Stelle, wo du weniger gekostet hast? Ey, hier überall. Dann ist es doch einfach eigentlich, oder? Ne, ich kann, der überdreht sich nicht mehr nach oben auf der normalen Strecke. Ich will auch nicht auf dem, die Krise, nirgendwo. Ich versuche alles. Die Frage ist, wie das sein kann, dass du ein anderes Fahrzeug hast. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, ich komme auf jeden Fall so nicht weiter. So, ich rufe mal kurz den Rockstar-Support an und ich denke mal, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Punkt. Technischer Support, hallo? Ey, miesen-Klaxi-Gons, das Auto ist shit. Bring mich mal zum nächsten Punkt. Jungs, bring den Karma zum nächsten Punkt. Da ist der dir wieder. Auf den Rockstar-Support ist es doch immer Verlass. Sehr schön. Also, den Punkt, da muss uns Silber nochmal erklären, was sein Begehr war. Als nächstes nehme ich wieder rechts und hoffe, dass das jetzt irgendwas Angenehmes, Nicestes ist. Hallo. Oh, T20, Bitch. Ich glaube, ich komme zu dir. Oh? Hä, bin ich... Hä? Ich bin bei dir! Da startet mein Warright, glaube ich, den Warright, den du meintest. Jetzt muss ich da wieder hin? Ja, ich bin jetzt bei dir. Wir können jetzt zusammenfahren. Nice. Dann war ja mein Punkt doch richtig. Dann hat er... Dann ist da einfach... Dann ist die Map einfach nur Todes-Broten. Ich komme jetzt von unten. Wo du... Wo du runterflipst, da unten, da ist mein Warright, der da startet. Jetzt muss ich nur alles mit dem T20 nochmal machen. Hallo. Digga, kriege ich überhaupt... Aber musst du auch flippen? Hä? Hä? Wo ist denn der nächste Punkt? Hier oben ist ja nicht mal... Hä? Loll? Okay, ich muss... Ich muss das jetzt hinkriegen... Ohne... Ohne Flugzeug-Bumper. Okay. Digga. Silber! Mit dir! Was habt ihr zusammengebastelt? Aber ohne Bumper oder was? Ja. Also wie gesagt, das ist bei denen auch alles anders. Die Punkte sind anders. Die Map ist... Richtig broke. So, oben jetzt vielleicht so raus. Jeet'n, so. Jeet! Oh! Hm! Oh mein Gott, Digga! Hast du's gesehen? Aber ja, könnte es klappen. Du warst fast da, ja. Alter, ich bin dagegen geknallt! Oh mein Gott! Ich würde aber sehr begrüßen, wenn ihr jetzt einmal kurz wieder den... Trial machen müsst. Achso, ich behinderte dich nicht. Keine Sorgen. Achso, du bist gerade da, oder wie? Ich bin gerade da, ja. Achso, ah, okay, sorry. Ja dann, go for it. Gib mir Bescheid, was du gerade machst. Wie du es machst. Hallo? Ah, ich hab den Sprung zurückgeschafft. Ja, sehr gut. Ich war jetzt durch die Container da unten. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Ich bin im Container hängen geblieben, ey. Ja, so. Huah! Oh! Oh! Ja! Oh, finally! Oh, alles rückwärts, oder? Jetzt nicht in den Speed rein. Nee, nee, ganz langsam, ganz langsam. Okay, ich hab einen Punkt. Auto oder Auto, ich nehm wieder rechts. Wobei, bisher war rechts immer scheiße, es ging nie. Ich nehm jetzt mal links. Hoffentlich funktioniert es doch mal wieder. Ja, es ist der Punkt, hab ich rechts. Sehr gut. Hey, jetzt muss ich hier lang? Ey, diese Map ist, ist so kaputt, Bruder. Jetzt fahr ich wieder hier lang. Und jetzt, was? Digga, was, was hat er sich dabei gedacht, einfach? Wie viel Punkt hast du jetzt überhaupt schon? Ich bin gleich durch. Denke ich. Hoffe ich. Warte, jetzt unten fahren oder oben? Jetzt fahr ich den gleich... Wow! Wow! Den gleichen lagst du nochmal. Guck mal, jetzt sind hier aber Punkte. Okay, das ist schon mal gut. Ja. Dann weißt du mir nicht, wo du lang musst. Ja, endlich! Oh, jetzt hab ich hier den Transformpunkt, den ich haben wollte. So. Dann ist da einfach gerade einfach richtig viel Scheiße gelaufen. Punkt habe ich, check. Und ich nehme jetzt wieder links. Links scheint gerade zu funktionieren. Noch irgendwas. Oh nein. Das ist eine Barty, Hakuchu. Oh, Hakuchu! Oh nein, oh. Da kommt bestimmt ein Slide. Oh nein, dieser Slide, kack. Wie geht der nochmal? Du hast du mir das mal richtig gut erklärt. Irgendwie um fünf und dann loslassen. Und dann musst du wigglen. Mit vier und fünf, glaube ich. Ja. Oder drei und fünf. Mit vier und sechs. Vier und sechs. Vier. Vier und sechs. Okay. Nur um fünf und dann loslassen, ne? Du musst nur um fünf bis zum 90-Grad-Winkel loslassen und dann Seite-Winkel. Okay. Okay, es geht hin. Da hinten muss ich aber hin. Hä, was ist das? Hallo? Daraus kann man ja anscheinend auch irgendwie in den Slide-Modus kommen, ne? Vielleicht brauchst du das hier. Okay. Ja, dass ich eigentlich auch schon durch war, ne? Ich bin jetzt immer noch hier hängen, seit 40 Minuten. Weißt du, was ich anders machen soll? Einfach nur, weil die Punkte da komisch gesetzt sind. Ja, die sind komisch. Ey, ich seh's ja. Ich weiß ja nicht, was du machst. Diesen komischen Sprung am Ende, den man kennt. Weißt du noch, was man da beachten muss? Nee. Ich mach's jetzt alternativ. Ist mir zu blöd, es geht aber nicht. Ich gleite jetzt. Geht das denn? Also, ich hoffe. Hä, warum geht's nicht? Ich dachte, man kommt so immer in den Gleiten-Modus. Irgendwie sowas hat das der Dürk erzählt. Ey, ich hab, ich bin, ey. Bekurs davor zu quitten, Alter. Seit einer dreiviertel Stunde, Pimmel, hier rum und ist gerade irgendeine Kleinigkeit, geht immer schief. Ich bin so Brain-Afka, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Digga, es geht einfach nicht wirklich. Ich, ich hab keine Ahnung. Er entmountet immer am Ende. Ich schau mir sein Video an. Er macht alles gleich. Digga, die Map ist einfach so broke. Oh, selber, ey. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder eine kleine Pause von deinem Map. Das kann ich dir aber sagen, ey. Versuch jetzt irgendwie, da alternativ hinzukommen. Keine Ahnung wie, aber ich versuch's einfach. 100 Jahre später. Der... Ich hab verga... Also nichts funktioniert. Und ich dachte zumindest das funktioniert. In den Gleitmodus zu kommen, aber nope. Nope, nope. Ja, super. Ich würde sagen, äh, hallo, Map, äh, hallo. So. Boah. Ja, Digga, gib dir noch viel Spaß. Eigentlich der, der Seelensauger heißen, ne. Deko spießt die Map zu Ende. Ja, okay, ne, bis dann. Ja, ja. Danke, Silber, ne, für 80 Minuten Spielspaß, ne. Daumen nach oben. Ciao. Blasch, so wieder, sonst streike ich hier. Schicks, so wieder. Musik Euer von dem 8.